Ein Aspekt, der mich besonders fasziniert, ist die Rolle der Schweiz bei diesem Projekt. Ja, die Schweiz als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation, das passt ja perfekt. Genau, die Schweiz hat das Potenzial, eine führende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von eTransit 540 zu übernehmen. Aber warum gerade die Schweiz? Die Schweiz ist bekannt für ihre hohe Innovationskraft, ihre technologische Kompetenz und ihren Fokus auf Nachhaltigkeit. Stimmt. Und die Schweiz hat auch eine lange Tradition im Bereich des Güterverkehrs und der Logistik. Richtig, die Schweizer Unternehmen sind in diesen Bereichen weltweit führend. Also die perfekten Voraussetzungen, um ein Projekt wie eTransit 540 voranzutreiben. Absolut. Die Schweiz könnte hier wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, wie die Zukunft des Güterverkehrs aussehen kann. Das wäre natürlich fantastisch, die Schweiz als Vorbild für die ganze Welt. Wäre doch schön, oder? Absolut. Aber was genau könnte die Schweiz denn konkret tun, um eTransit 540 zu fördern? Also die Schweizer Regierung könnte zum Beispiel finanzielle Unterstützung für die Entwicklung und den Aufbau der Infrastruktur bereitstellen. Das wäre schon mal ein wichtiges Signal. Und sie könnte die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, die für den Einsatz von autonomen LKWs erforderlich sind. Das ist natürlich auch entscheidend. Zudem könnte die Schweiz Piot-Projekte starten, um die Technologie von eTransit 540 in der Praxis zu testen. Piot-Projekte sind ja immer eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln und die Technologie weiterzuentwickeln. Genau. Und die Schweiz könnte auch international als Botschafter für eTransit 540 auftreten und andere Länder von den Vorteilen dieser Technologie überzeugen. Die Schweiz als Botschafter für nachhaltige Innovation. Das klingt nach einer tollen Rolle. Absolut. Die Schweiz hat hier die Chance, wirklich etwas zu bewegen und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Ich bin gespannt, wie sich eTransit 440 in der Schweiz entwickeln wird. Und natürlich werden wir sie in unserem Podcast auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Zukunft des Güterverkehrs aussehen wird. Eines ist aber sicher. Innovationen wie eTransit 440 geben Grund zur Hoffnung, dass wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Da stimme ich Ihnen zu. Mit neuen Technologien und klugen Ideen können wir eine nachhaltigere und lebenswertere Welt schaffen.